Ich finde, dass was die GAS Spätsau so besonders macht, ist, dass wir sehr zentral liegen und dass wir eine sehr touristische Gemeinde sind. Was ich auch noch gut finde, ist, dass wir rund um unsere Schule Wanderwege haben, auf denen wir spazieren gehen und mit Freunden über verschiedene Dinge sprechen können. Unsere Schule hat sehr große Fenster und ist darum sehr hell und sehr atmosphärisch. Schön finde ich, dass wir jederzeit unsere Fenster öffnen können, ohne dass wir Straßen werden hören. Viele Schüler, ich eingeschlossen, schätzen es sehr, dass wir in der Kantine jeden Tag frische und regionale Gerichte zur Verfügung haben und in den Pausen belegte Brötchen und jederzeit Kaffee oder etwas zu trinken holen können. Unsere Spezialräume, wie zum Beispiel die Küche, sind modern ausgestattet, sodass wir top ausgebildet werden können. Wir haben in der Schule viele Möglichkeiten, unsere Pausen zu verbringen. Sport im Außenbereich, Lesen in der Bibliothek oder auch gemütliches Entspannen in der Lounge. Wir sind die GAS Spätsau! zweiten Abend. Ephraim und auch schön. Es ist ein Jahr concept! Ephraim-Biste